Hallo, Tokio Hotel. Hallo. Hi. Was ist euer Lieblingsdrink? Whisky Cola. Tequila Sour. Tequila on the Rocks. Ich kann mich nicht entscheiden. Champagner? Lieber sofort 50 Jahre alt sein oder wieder 15? Wieder 15. Wieder 15. Sofort 50? 15 fand ich scheiße. Ja, ja. 15 war doch geil. 15 wieder, aber finde ich auch nicht geil. Warum eigentlich Tokio Hotel und nicht Magdeburg Jugendherberge? Aus Gründen. Klingt internationaler. Lange Geschichte. Wer von euch hatte als Kind die wildeste Frisur? Georg. Aber untenrum. Jetzt haut raus, wer von euch sieht am besten aus? Bill. Bill. Oh, ihr seid aber süß. Ja, Bill. Verratet uns mal ein Geheimnis über euch. Georg kann mit den Ohren wackeln. Ja. Was schätzt ihr, wie viele Menschen haben eure Gesichter als Handyhintergrund? Ich habe selber mich als Handyhintergrund. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, wenn wir mal die Hälfte nehmen von den Leuten, die Kaulitz-Hills hören, würde ich sagen, um die 80 Millionen. Ja. Welches Lebensmittel macht euch Angst? Salami. Dieser Stinkefisch aus Norwegen. Äh, Harzer Käse. I, 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 ja, ja, ja. Ich trinke Käse. Singt mal einen eurer ersten Songs an. Ähm. Wir sind jung und nicht mehr jugendfrei. Tut mir leid, ich weiß, wir wollen nicht, doch wir feiern. Text vergessen. Habt ihr Angst vor KI in der Musikbranche? Nee. Essiggurken oder Silberzwiebeln? Essiggurken. Essiggurken. Silberzwiebeln kenne ich überhaupt nicht. Doch. Das sind diese kleinen Silberzwiebeln hier. Ich liebe Essiggurken. Lieber Kartoffelsuppe mit Angela Merkel oder Tea Time mit King Charles? Nee, Kartoffelsuppe mit Merkel. Was nervt euch aneinander am meisten? Georg Spießigkeit. Ja. Vervollständigt bitte diesen Satz. Unsere Karriere verdanken wir. Bill. Was ist für euch Heimat? Heimat ist da, wo mein Bruder ist. Ab morgen fliegen keine Flugzeuge mehr. Was ist euer alternatives Reisemittel, um lange zu reisen? Reiten. Rakete. Zug. Wer ist denn jetzt eigentlich der beliebtere Zwilling? Ich auf jeden Fall. Na, na, na. Guckt euch nochmal die letzten Umfrage. Ich habe beim ersten Booting gewonnen. Da war es noch neutral. Ich habe aber jetzt erst gezeigt, wer ich wirklich bin. Wann war denn das erste Voting? Das erste Voting war vor circa einem Jahr. Und jetzt, wo wir schon weiter more deep into Cowlitz sind, jetzt haben alle gemerkt, es ist doch... Nein, oder aus Mitleid eben dich gewinnen auf meinem zweiten Mal, natürlich. Du hattest ganz wenige Prozente im Haus. Schluss jetzt. Wie viele Sterne sind am Walk of Fame eingelassen? Auf jeden Fall noch nicht der wichtigste, das ist nämlich Tokio Hotel. So ist es. Der muss einfach kommen. 2752. Wann glaubst du, kommt ein Stern? Ich finde, es wäre jetzt Zeit. In so zwei, zweieinhalb Jahren? Ja, nee, ich glaube ein bisschen früher. Ich habe das Gefühl, der kommt bald. Ich glaube, es könnte so sein, dass ich nach Hause komme und ich habe einen Brief im Briefkasten. Wer von euch würde am ehesten einen Monat nur Fast Food essen? Gustav. Gustav, ja. Euer Gesicht, wenn ihr plötzlich einen Brief von Angela Merkel im Briefkasten hättet. Wie unser Gesicht dann wäre? Ja. Danke, Tokio Hotel. Dankeschön.